Hallo bei den Spielzeugtestern! Heute machen wir das 18. Tötchen auf. Ja! Das sieht man voll. Ist ja wieder so ein komischer Sack, ne? Hm. Das Problem ist, dass man selber immer überrascht ist, weil man sich gar nicht mehr erinnern kann, was man eingepackt hatte. Ich rieche nichts. Nur irgendwie Kuscheltier. Ha! Wunschdenken! Dann mach mal auf. Oh, das war fein. Ja, sonst reißt du es auf. Kannst du von unten... Ja, oder so. Gib mich die Schere. Was ist es? Wolle? Ach ja! Weißt du warum? Du konntest so toll häkeln. Und du hast aber nur so langweilige Wolle. Und vielleicht kannst du mir damit nochmal ein Armband machen. Hm, und hier? Ah, ein Schoko-Smartie-Weihnachtsmann. Zeig mal die Wolle. Schön glitzert die. Ja. Weißt du noch, wie das geht überhaupt? Ja. Ja? Okay, dann gehen wir jetzt mal runter und machen die Schokolade. Danke, Mama! Bitte schön. Danke, Mama. Bitte, Hase. So, dann machen wir das Türchen auf und wir gucken, was da drin ist. Die 18. Ich tippe auf... Schneemann. Schneemann. Robbe. Robbe? Ja. Okay. Das sind doch andere. Ja. Hätten wir gar nicht gedacht, ne? Ja, ich hab gedacht. So, dann deine Kugel noch. Genau unter dem... Gefunden. Schade, dass wir nur den einen Kalender davon haben, ne? Die magst du, ne? Der hat den Bett. Ja, deswegen muss ich ihn fest. Okay, bis zum nächsten Mal. Bei den Spielzeugtestern. Tschüss. Wenn euch das Video gefallen hat, macht den Daumen hoch. Und nicht vergessen, unseren Kanal kostenlos zu abonnieren. Und hier könnt ihr zwei weitere Videos anschauen. Bis zum nächsten Mal. Wir本当... Untertitelung des ZDF, 2020